Das Higgs ist kein Scoop. Das Higgs ist 20 Jahre harte Arbeit. Schon nach einer Woche wirst du müde, über etwas anderes nachzudenken. Du vergisst das alles. Bei Higgs ist es wie bei anderen grundlegenden Phänomenen, die Entdeckung des Urknalls, der DNA oder des Verständnisses von Krebserkrankungen. Es ist sehr mühsam, sie zu entwickeln und zusammenzutragen auf der Grundlage einer großen Menge sich oft auch widersprechender Informationen. Manchmal ist die Information nicht korrekt. Man muss auch den Fehler akzeptieren, die Veränderung. Und schließlich erreicht man eine Art Zusammenführung mit den Fakten. Das schreibt Geschichte, wandert in die Bücher und die Studenten werden über diese Dinge als Teil der Wahrheit lesen. Das ist eine Geschichte der Neuergie. Der praktische Nutzen des Higgs ist null. Aber es gibt auch Dinge, die wichtig sind, weil sie unserem Wunsch entsprechen, zu wissen, woher wir kommen, wohin wir gehen, woraus wir bestehen. Und das sind Fragen, die keine rein wirtschaftlichen oder produktiven Fragen sind. Sie sind Teil unserer Neugier. Und die ist aus meiner Sicht der wichtigste Aspekt des menschlichen Geistes. Wir befinden uns in einer sehr günstigen Situation für junge Physiker. 95 Prozent dessen, woraus das Universum besteht, ist uns vollkommen unbekannt. Das bedeutet, das Standardmodell, das wir mühsam entwickelt haben, bezieht sich auf lediglich 5 Prozent, nicht auf die 95. Wenn du wirklich neugierig und wissenslustig bist und etwas bedeutendes Wissen über die Welt und das Universum beitragen willst, sind die Chancen gewaltig. Nicht nur das. Zusätzlich haben wir genügend Geld, Ressourcen, große Forschungsgruppen. Alle Elemente sind vorhanden. Ich denke, wir müssen etwas finden. Aber die Frage ist nicht so einfach. Das Problem ist, dass all die einfachen Dinge bereits gemacht wurden. Und alle Elemente sind da. Ich meine, wir müssen etwas finden. Aber die Frage ist, es ist nicht so einfach. Denn die Schwierigkeiten sind nicht. All die einfachen Dinge sind getan. Ich sehe dich … Nein. Lass uns einen besseren Dogon im philosophersen Clint decibelen uns, bei der Mache zeigen Sie, carbammerk Canal wird ein bisschen aufgrabig sein . Untertitelung des ZDF, 2020